Begrenzung der Raumtemperatur auch in Privatwohnungen muss möglich sein. Das sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Leute, und ich weiß auch nicht, was ihr empfindet oder was ihr denkt, wenn ihr solche Nachrichten lest oder seht, aber für mich dringt eine Regierung mit so einer Empfehlung immer mehr in den tiefst privaten Bereich eines jeden einzelnen Bürgers vor. Das Ganze nimmt immer mehr totalitäre, diktatorische Züge an, um die Freiheit eines jeden Einzelnen immer mehr einzuschränken. Und ich weiß, dass wieder ganz viele Menschen auf die Barrikaden gehen werden und sich denken, oh mein Gott, was für ein Verschwörungstheoretiker, was für ein Schwurbler und mich dann sogar noch in die rechte Schublade stecken wollen. Aber wenn ich folgende Aussage treffe, nämlich, wo haben sich unsere Politiker aus Deutschland die letzten Jahre, wirklich für unser Land eingesetzt, dann bekomme ich keine Antwort. Sagt es mir bitte. Wir sind Weltmeister in Verzichtserklärungen geworden, in ideologischem Wahnsinn und jegliche Lösungsvorschläge unserer Politiker gehen auf Nacken von der Bevölkerung. Und wenn man den Finger in die Wunde legt, weil man vielleicht noch als einer von wenigen rational denkt, in diesem ganzen wahnsinnigen Land, dann läuft man Gefahr, dass man als Rechter abgestempelt wird. Oder wenn man sogar so krass ist und sagt, okay, ich muss jetzt demonstrieren, was eigentlich mein Recht ist, dann läuft man Gefahr, dass man Seite an Seite mit Rechtsextremisten läuft, obwohl es vielleicht nur der Nachbar von nebenan ist. Das ist Deutschland und wir machen alle mit. Und deswegen wird es immer so weitergehen, anstatt wir mal wirklich das Offensichtliche sehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter, diese ganzen Verzichtserklärungen, dieser ideologische Wahnsinn, der hat uns wirklich mehr geschadet, als dass er uns in irgendeiner Form weitergebracht hat. Und spätestens jetzt sollten wir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Endlich wieder vernünftige, rationale Politik mit Denkweise, mit Sichtweise und vor allem mit Verstand. Sowas wünsche ich mir. Eine Debatte und nicht nur immer dieser ideologische Wahnsinn und diese Verzichte und diese Einschränkungen und dass man uns dann noch sagt, ja, so ist es alles richtig. Das ist die neue Normalität. Nein, ist sie nicht, Leute. Zumindest nicht für mich. Und deswegen mache ich immer weiter und werde immer weiter meine Meinung dazu sagen. Und sollte man mich in die rechte Schublade stecken, wisst ihr was? Es ist mir sowas von egal. Punkt außer Ende. Haut rein und denkt mal drüber nach.